Ach, das ist langweilig. Ich würd mir lieber zu Hause das Video von Ring ansehen. Peter, tu es nicht. Es heißt, wenn du dieses Video ansiehst, musst du sterben. Ach, das ist totaler Schwachsinn. Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht. Ich sag, heut ist Samstag und sie sagt, konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zu Party. Zu Party? Zu Party! Zu Party? Zu Party!